El Pulgar, der Daumen, spielt in der Flamengo-Gitarrentechnik eine wichtige Rolle. In den Anfangszeiten, als die Dogaores begannen, nicht nur Akkorde zu schlagen, sondern auch Melodien spielen, der Daumen P wird grundsätzlich angelegt. Wie das Rasgeo wird auch der Pulgar mit elastischer Kraft gespielt. Anfangs sollte die Bewegung aus dem Daumen-Wurzelgelenk bzw. Grundgelenk kommen. El Ayodau ist ein Begriff, der sich nicht wirklich übersetzen lässt. Er stammt wahrscheinlich daher, dass irgendein Finger... Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020